Der Lastkraftwagen O611 war Teil der Entwicklung eines Nachfolgers für den 5-Tonnen Lastkraftwagen B50 und den 2,5-Tonner Rubur. Die Entwicklung mit zwei Fahrzeugtypen sollte sich durch einen hohen Standardierungsgrad auszeichnen. Das Fahrerhaus wurde als FH6400 bezeichnet und ebenfalls für beide Fahrzeuge verwendet werden. Die Entwicklung dauerte insgesamt von 1971 bis 1980. Es wurden 19 Prototypen gebaut. Das Feuerlöschgerätewerk Görlitz baute auf dem 14. Funktionsmuster des Rubur U611 einer Feuerwehrfahrzeug auf. Das Fahrerhaus war um zwei zusätzliche Elemente zur Aufnahme des Löschtrupps erweitert. Dieser Prototyp war eine Allradvariante wie aus der Bezeichnung zu erlesen.